Moin Leute, unser Haus hat zum Großteil alte, schlecht isolierte Fenster und ich möchte heute testen und messen, inwiefern ich ein Fenster bei uns mit dieser Folie von Tesa oder jetzt haltet euch fest, mit so einer billigen, transparenten Tischdecke für 15 Euro verbessern kann. Dafür zeige ich euch, wie man eigentlich feststellt, was für Fenster man hat und wir messen, was die PVC-Tischdecke und die Tesa-Lösung an Einsparung bringen. Denn viel kosten tut das Upgrade tatsächlich nicht, also das ist vielleicht eine spannende Sache für viele Leute, wenn sich's denn lohnt und ihr werdet's gleich sehen. Unterstützen wird mich hierbei Physik-Professor Hundhausen, der auf seinem Kanal nochmal viel tiefere Erklärungen zur Messung gibt. Zudem sehen wir uns dann nochmal an, wie das Ganze eigentlich optisch performt. Sieht's halt ordentlich aus, ich meine auch, das ist ja ein wichtiger Punkt. Also, los geht's! Ja, die Tischdecke hat verdammt spannende physikalische Eigenschaften, die uns hier echt viel bringen. Hä? Pass auf, ich zeige euch mal ein Experiment, dann wird klar, was ich meine. Also, dann sieht man's direkt. So, ihr seht jetzt hier meine Infrarot-Kamera und ein Glas mit warmem Wasser. Also, da hab ich einfach warmes Wasser reingekippt. Und wir sehen, dass das Glas laut der Kamera so circa 35 Grad hat, so um den Dreh. Ähm, weil die Oberfläche des Glases halt Wärmestrahlung aussendet und die kann ich mit der Kamera dann sichtbar machen, mit einer Infrarot-Kamera. So, was passiert jetzt aber, wenn ich diese PVC-Tischdecke zwischen Kamera und Glas halte? Also, ich teile die einfach nur dazwischen. Und ihr seht, mega krass, die angezeigte Temperatur sinkt um ungefähr 10 Grad ab. Warum? Na ja, ist ganz einfach. Die Tischdecke ist aus Polyvinylchlorid, also PVC. Und die Tesafolie ist aus Polyethylen. Und PVC absorbiert Wärmestrahlung und daher kommt diese nur zum Teil durch. Mal sehen, wie das Ganze bei Polyethylen, also bei der Tesafolie ist. Sobald ich hier die Folie zwischen Kamera und Glas halte, sinkt die angezeigte Temperatur nur um circa 2 bis 3 Grad Celsius. Polyethylen absorbiert also viel, viel weniger Wärmestrahlung. Warum ist das wichtig? Naja, ganz einfach. Das hier beschreibt unterschiedliche elektromagnetische Strahlungen. Also Licht, Röntgenstrahlung, Infrarotstrahlung, Wärmestrahlung, Mikrowellen und sogar die extrem gefährliche Gammastrahlung. Ja, das ist quasi alles dasselbe, nur mit unterschiedlichen Wellenlängen. Also, das ist eine lange, das ist eine kurze Wellenlänge. Warum ist das jetzt so wichtig für uns? Das seht ihr hier, weil Sonnenlicht liegt zum Großteil im sichtbaren Bereich. Also ungefähr da, wo es hier gerade eingeblendet wird. Die Wärmestrahlung, die in unseren Räumen, also zum Beispiel durch die Heizungen oder einfach durch irgendeine warme Oberfläche oder auch euch selber ausgesendet wird, die liegt eher hier. Also die ist langwelliger. Das seht ihr so, so ab 5 Mikrometer ungefähr. So, und diesen Unterschied der Wellenlängen, den kann man ausnutzen tatsächlich. Denn was wollen wir? Wir wollen die kurzwellige Sonnenstrahlung durchs Fenster reinlassen. Die ist hier auf dem Bild in grün dargestellt, aber die langwellige Wärmestrahlung natürlich drin behalten. Hier in rot dargestellt. Denn sonst geht ein Teil der Wärme in Form von Wärmestrahlung einfach aus unserem Fenster raus und dann haben wir die halt verloren und das wollen wir natürlich nicht. Wie macht man das jetzt? Naja, indem man zum Beispiel auf der Innenseite des Fensters Material aufbringt, was langwellige Wärmestrahlung reflektiert. Zum Beispiel ein Metallaufdampf. Das könnt ihr hier sehen. Unter einem Mikroskop sieht das so aus. Das ist eine ganz, ganz dünne Schicht. Also genau das, was bei einer Wärmeschutzverglasung, so wie sie heutzutage Standard ist, auch eigentlich gemacht wird. Genauso wird es tatsächlich gemacht bei den Längen. Oder wir nehmen eine PVC-Folie, zum Beispiel unsere Tischdecke hier. Diese absorbiert dann die Wärmestrahlung und strahlt diese dann ungefähr zur Hälfte wieder zurück in den Raum. Und die andere Hälfte geht dann auch wieder raus. Also Absorption heißt, es wird aufgenommen und dann in beide Richtungen wieder ausgestrahlt. Das ist nicht ganz so gut wie Reflektion, die dann einfach alles zurückstrahlt. Das wäre eigentlich schöner. Zumindest ein Teil davon. Das ist dann der wesentliche Unterschied zwischen Absorption und Reflektion. Und ihr seht halt, Reflektion wäre jetzt hier in der Regel halt zu bevorzugen. Und deswegen nimmt man auch in der Regel bei unseren Fenstern diese Metallschicht. Aber auch Absorption kann helfen. Nur mal eine kurze Einblendung. Und zwar zeige ich euch demnächst nochmal fünf Möglichkeiten, wie ich Schnee von PV-Modulen runterkriege. Und ob zum Beispiel sowas wie die Beschichtung auf PV-Modulen durch einen Besen wirklich beschädigt werden können. Oder ob es sich dabei um irgendeinen Mythos handelt. Also Abo nicht vergessen, wenn ihr das nicht verpassen möchtet. Okay, die Polyethylenfolie von Tesa sorgt also nicht dafür, dass die Wärmestrahlung drin bleibt, sondern lässt diese durch. Die Glasscheiben tatsächlich, also normales Glas, absorbiert aber auch schon sehr viel Wärmestrahlung. Aber wie gesagt, immer 50 Prozent. Und dann halt kommt immer der Rest nochmal so durch sozusagen. So kann man sich das vorstellen. In dem Fall hätte die Tischdecke jetzt hier wirklich bessere Eigenschaften, weil sie halt eben nochmal eine Schicht mit Absorptionsmaterial quasi hat. Das heißt, da bleibt mehr Wärmestrahlung im Raum. Aber beide haben natürlich zusätzlich noch den Effekt, dass einfach eine zusätzliche Luftschicht entsteht. Und diese natürlich auch ganz wesentlich zur Dämmung beiträgt. Also auch das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Also hier bitte nicht auf die Idee kommen, die Folie direkt auf das Fenster zu kleben. Denn dann verliert er diesen Effekt vollständig. Okay, aber probieren geht über studieren. Deswegen messen wir einfach mal, wie viel das jetzt wirklich bringt. Ich zeige euch jetzt einfach mal direkt die Messung und gleich gehen wir dann noch darauf ein, wie ich es angebracht habe, wie es aussieht und so weiter. Und ob das für euch Sinn macht oder nicht. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die blanke Messung an, denn das ist mega spannend. Und natürlich gucken wir uns auch gleich an, was wir damit sparen können. So, ich habe jetzt dazu einmal ein Fenster und zwar das linke hier mit der PVC-Folie ausgestattet. Und das andere rechte Fenster mit der Tesa-Polyethylenfolie. Und eine Scheibe ohne Folie als Referenz gemessen. Das heißt, ich habe jetzt drei Scheiben und die habe ich alle gleichzeitig gemessen. Die dritte sieht man jetzt hier nicht, weil ich hier wahrscheinlich auf die Kamera gekriegt habe. So, jetzt interessiert mich aber natürlich, wie ändern sich die Temperaturen der Scheiben mit unterschiedlicher Ausstattung. Ich würde ja erwarten, dass zum Beispiel außen das Fenster mit der PVC-Folie am kältesten ist. Ja, weil da die Isolierung besser ist. Das heißt, außen müsste weniger Wärme rauskommen. Und das Fenster ohne Folie müsste eigentlich am wärmsten sein. So, schauen wir uns zuerst mal an, was die Infrarot-Kamera eigentlich innen anzeigt. Und links seht ihr jetzt hier die Tischdecke und rechts die Polyethylenfolie, also die Tesa-Folie. Man sieht direkt, dass die Wärmebildkamera die Tischdecke als Wärme anzeigt. Das macht ja auch Sinn, dass diese die Infrarot-Strahlung dann nicht durchlässt, sondern absorbiert und die Hälfte wieder in unsere Richtung zurückwirft. Die andere Hälfte geht dann in die andere Richtung. Und genau diese eine Hälfte, die zurückgeworfen wird, sehen wir in der Kamera. Deswegen ist das dort als Wärme angezeigt. Und der Witz ist bei der ganzen Geschichte, dass uns das, das ist zwar interessant, aber das hilft uns jetzt beim Einschätzen der Effizienz praktisch gar nicht. Denn die Polyethylenfolie lässt die Strahlung ja einfach durch und ist für die Kamera so quasi unsichtbar. Das bringt uns jetzt irgendwie nicht wirklich weiter. Deswegen gehen wir jetzt mal draußen nach draußen und kleben dort Klebestreifen an die Scheibe. Warum Klebestreifen? Naja, ich brauche die Streifen, damit die ER-Kamera überhaupt irgendwas messen kann. Denn sonst würde ich einfach meine oder irgendwelche anderen Reflektionen messen und das Ergebnis würde das dann krass verfälschen. Ihr seht also schon, Infrarot-Thermographie ist sehr, sehr kompliziert und wesentlich komplexer, als man denkt. Also da muss man wirklich wissen, was man tut. Okay, was kommt jetzt raus? Ihr seht hier die relative Wärmeeinsparung gegenüber dem Glasfenster in Prozent. Also wie viel würde das gegenüber einem Glasfenster ohne Folie quasi einsparen? Und ihr seht hier auch die Fehlerbalken, die habe ich auch angegeben, damit ihr ungefähr seht, wie gut die Messung eigentlich ist. Natürlich ist das, was ich hier mache, nicht die genaueste Messung, aber die Größenordnung passt. Also ihr könnt das hier, glaube ich, ganz gut einschätzen. Im Blau seht ihr die ungefähre Reduktion der Wärmeverluste durch die PVC-Folie, also die Tischdecke und in Rot dann durch die PE-Folie, also die Tesafolie. Und ich bin echt positiv überrascht, denn beides ist eigentlich ganz ordentlich. Die Tesafolie spart uns hier so um die 13 Prozent Energie ein und die Tischdecke immerhin um die 25 Prozent Energie. Und das ist schon eigentlich echt enorm, also für so eine einfache Maßnahme. Ihr seht auch die Fehlerbalken und wie gesagt, die sind nicht klein, also die genauen Zahlen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber wie gesagt, die Größenordnung passen schon. Und die PE-Werte, also von der Polyethylenfolie, erscheinen uns ein bisschen zu positiv, dass zum Beispiel beim Passivhausinstitut, also hier ist die Quelle, eher so mit 6 Prozent angenommen wird. Vermutlich liegt die Realität dann irgendwo dazwischen. Was auch interessant ist, meine Frau und ich bilden uns tatsächlich ein, dass man es sogar merkt, also dass es irgendwie sich wärmer anfühlt, wenn man neben den Fenstern ist. Mag auch, wie gesagt, muss nicht stimmen, aber ist so unser subjektiver Eindruck. Und beide Maßnahmen sind halt echt bezahlbar. Schauen wir uns mal an, was das zum Beispiel eigentlich für mein Wohnzimmer in Geld bedeutet, also wie viel spare ich hier jetzt konkret. Aber auch, wie das Ganze optisch aussieht und wie kompliziert es ist, das anzubringen. Die Ersparnisse in Geld wird euch jetzt Physikprofessor Hundhausen erklärt. Okay, bevor Professor Hundhausen anfängt, gucken wir uns erstmal an, was der Spaß eigentlich gekostet hat für meine Fensterfront im Wohnzimmer. Also ich bräuchte für alle Fenster im Wohnzimmer 8 Meter Länge, also Folienlänge bei 1,30 Meter Breite. Und bei der PVC-Folie wäre ich so bei 1,39 Meter Breite, also anders habe ich es nicht gefunden. Und 8 Meter Länge dann bei so circa 88 Euro plus ein doppelseitiges Klebeband, was ich dann nochmal brauche. Vielleicht so für 5 Euro, je nachdem, was ihr da nehmt. Also sagen wir mal so um die 93 Euro für alles. Das ist schon nicht so wenig. Bei der Tesafolie ist es jetzt tatsächlich nur 18 Euro für ein 4 Meter mal 1,5 Meter Pack inklusive Klebeband. Also 36 Euro quasi für alles. Das ist tatsächlich ziemlich fair. So, und jetzt würde ich Physikprofessor Hundhausen erstmal vorrechnen, was man da eigentlich an Ersparnis erwarten kann. Ja, Andreas, toll, dass du mit einer einfachen Infrarotkamera ausmisst, wie viel besser deine Fenster sind, wenn du diese Folien da vorklebst. Wie viel man da einspart, möchte ich hier gerade mal ausrechnen. Und dazu brauchen wir zum nächsten Mal die Qualität deiner Fenster, U-Wert und die Fläche, die du hast. Du hast gesagt, 8 Quadratmeter Fläche und 2,8 Watt pro Quadratmeter und Kelvin ist die Qualität dieser Fenster. Die Verluste, die man dann hat, die rechnen sich nach dieser Formel aus. Proportional zur Fläche, zum U-Wert und der Temperaturdifferenz. Bei 1 Kelvin wäre das dann 22,4 Watt. Es sind aber kein 1 Kelvin, sondern eher 20 Kelvin. Dann haben wir eine Verlustleistung von 480 Watt zu dieser Zeit durch die Fenster. Wie viel es dann ein ganzes Jahr ist, da muss man natürlich sehen, wie lange, wie kalt es ist. Und das charakterisiert sich durch die Heizgradstunden. Hier 66.000 für unsere Region. Das bedeutet, dass dann 1.500 Kilowattstunden durch die Fenster in einem Jahr verloren gehen. Entsprechend bei 11 Cent die Kilowattstunde Preis für die Wärme 165 Euro im Jahr oder in 20 Jahren 3.300 Euro. Wie viel davon kann man einsparen? Mit den Folien 25% oder 13% sind das 40 Euro oder 20 Euro. Noch besser ist es natürlich, bessere Fenstergläser einzusetzen. Wärmeschutzverglaste Fenstergläser haben 60% Reduktion und Passivhausfenster sogar 80% Reduktion. Das wären dann 100 Euro oder 132 Euro. Ja, und wenn euch mehr interessiert, wie das funktioniert mit diesem Wärmeschutzeffekt durch diese Folien und warum die eine besser als die andere ist, dann guckt euch mein eigenes Video an, das da unten verlinkt ist. Ja, wann macht das Ganze Sinn? Also macht das bei euch eigentlich Sinn oder nicht? Und dafür müsst ihr eigentlich herausfinden, welche Fenster bei euch verbaut sind. Und es gibt einfach verglaste Fenster, zweifach verglaste Fenster, zweifach verglaste Fenster mit Wärmeschutzbeschichtung und dann die dreifach verglasten Fenster auch mit Wärmeschutzbeschichtung. Und je mehr Gläser bzw. Wärmebeschichtung da ist, desto besser die Dämmeigenschaften des Fensters. Um herauszubekommen, welches Fenster ich jetzt zum Beispiel habe, halte ich im Dunkeln einfach eine Kerze vor das Fenster und schaue mir dann die Spiegelung im Fenster an. So, und ihr seht das zum Beispiel, wie es bei mir aussieht. Da seht ihr so im Wesentlichen zwei größere Reflektionen und zwei kleine, die ja so ein bisschen im Hintergrund sind. Und das war es praktisch. Und die zwei großen Reflektionen, die ihr seht, bedeuten, dass es ein zweifach verglastes Fenster ist, und zwar ohne Wärmeschutzverglasung. Wie erkenne ich das? Also wie erkenne ich jetzt die Wärmeschutzverglasung? Zieht euch das Bild rein. Das sind die Fenster von Professor Hundhausen. Er hat zum Beispiel eine Dreifachverglasung mit Wärmeschutz. Und da seht ihr hier die drei großen Reflektionen. Also dann seht ihr direkt die drei Scheiben. Und da seht ihr auch noch so einen blauen Schimmer in dieser Mini-Reflektion, dieser kleineren. Und die ist bläulich. Und dieser blaue Schimmer, der deutet auf die Wärmeschutzverglasung hin, die wie gesagt heutzutage auch einfach Standard ist. Also wie sieht das Ganze aus und wie bringe ich es an? Im Prinzip bringt man die PVC-Folie und die Tesafolie relativ gleich an. Also erstmal muss man den Rahmen reinigen und dann das doppelseitige Klebeband anbringen. Und danach bringt ihr dann die Folie so knitter- und spannungsfrei an wie möglich. Also nicht so wie ich das mache. Danach kommt dann der Riesenvorteil der Tesafolie. Die Tesafolie ist nämlich vorgespannt. Das heißt am Ende, wenn ich die dann aufgeklebt habe, kann ich mit einem Föhn drüber gehen. Und die Folie spannt danach. Also die wird dann nochmal straff. Und das macht es tatsächlich wesentlich schöner. Das muss man schon sagen. Und ihr seht jetzt hier auch so beide im Vergleich. Und die PVC-Folie ist deutlich milchiger und nicht so gut verspannt, wie ihr seht. Das kriegt man einfach nicht so ganz gut hin. Vielleicht mit mehr Geschick kriegt man es hin. Ich bin da auch nicht so super geschickt. Aber mit der Tesafolie hat es jetzt, wie ihr hier seht, deutlich besser geklappt. Und das sieht man auch wirklich nicht so stark. Also ich finde die jetzt optisch echt okay. Die PVC-Folie muss ich zugeben, auch wenn die besser ist, sieht schon echt nicht gut aus. Ja, Fazit. Die Tischdecke brachte erstaunlich viel. Also gerade für den Preis fand ich es schon krass. Aber ganz ehrlich, das sieht einfach scheiße aus. Also wenn ich ehrlich bin, keine wirkliche Option. Vielleicht kriegt ihr eine dünnere oder so. Da gibt es noch andere Lösungen. Ich habe jetzt nichts gefunden. Aber für mich war es jetzt das erstmal nicht so cool. Die Tesalösung fand ich optisch aber echt okay. Und es scheint dann doch noch einiges zu bringen, auch wenn die IR-Absorption da nicht so hoch ist. Zudem ist es echt nicht teuer und wirklich reversibel. Also es ist auch für eine Mietswohnung geeignet. Das heißt, ich kann es auch am Ende wieder einfach abnehmen. Ich glaube, das geht ganz gut. Und der Nachteil ist bei uns jetzt aber tatsächlich, dass die Kinder zum Beispiel die Teile vermutlich runterreißen würden. Zumindest die, die jetzt, also zum Beispiel bei der Verandatür, die da noch einfach ebenerdig ist. Das würde dann passieren. Deswegen werde ich wahrscheinlich unsere Scheiben einfach tauschen kommendes Jahr. Also wirklich nur das Glas. Denn soweit ich das sehen konnte, ist das in DIY sogar ganz gut machbar. Ansonsten hoffe ich, dass ihr heute ein bisschen lernen konntet, wie das Ganze funktioniert, worauf es ankommt. Und bitte besucht auch Martins Kanal. Der hat die ganzen Berechnungen, deren Grenzen nochmal deutlich genauer erklärt. Es ist wirklich spannend und lohnt sich. Wir June 238. Dさest hat die Sache geplant. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020